Ho, ho, ho! Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier und herzlich willkommen zum 10. Türchen unseres Adventskalenders. Ja, Freunde, es gibt so eine geile Nachricht, Freunde. Erstmal ziehen wir heute 5 von diesen Goldpacks. Und das Geilste einfach ist, ich gucke eben bei Facebook rein, schau mal an, was hat FIFA Ultimate Team da gepostet. Und die posten einfach das neue Team der Woche mit Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic als Inform. Und das Geilste ist, Ronaldo einfach als Stürmer. Ich glaube, das gab es noch nie und das ist einfach so geil. Alle werden Packs ziehen und wir werden natürlich auch richtig viele Packs ziehen. Und ich dachte mir, eventuell wollt ihr vielleicht ein 1-Millionen-Pack-Opening-Video sehen, also wo ich 1-Millionen-Coins raushaue für ein Pack-Opening. Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und den packen wir mal auf die Transferliste. Ja, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare und werdet ihr auch Packs ziehen, Freunde, weil ich werde richtig auf die Kacke hauen, glaube ich. Ich will unbedingt diesen Ronaldo ziehen, das wäre einfach so geil. Ja, und falls ihr auch noch Packs öffnen wollt, schaut gerne bei unserem Sponsor vorbei in der Videobeschreibung. Dort findet ihr Münzen, PSN-Cards, Microsoft Points und mit einem Kauf unterstützt ihr uns dann auch. Ja, hier haben wir das zweite Pack gezogen mit Cater. Also das ist jetzt nicht wirklich das gelbe vom Ei. Da haben wir schon wesentlich bessere Sachen gezogen. Ich weiß gar nicht, sind Verträge momentan überhaupt noch was wert? Wenn dann, glaube ich, überhaupt 150 bis 200 Münzen. So, wir haben noch drei Packs zum Ziehen. Grießmann auf dem Pack. Komm schon, wir brauchen mal wieder was Geiles. Obwohl, ich muss ja schon sagen, wir haben richtig geile Spieler, die wir verlosen werden am 24. Und unter anderem Storage. Sakko gehört wahrscheinlich jetzt nicht dazu, obwohl er auch gar nicht so schlecht ist. Den nehmen wir einfach mal dazu. Rechamps können wir dann auch nicht gebrauchen. Also wir haben noch Schürrle gezogen. Wir haben Ösile gezogen, glaube ich. Ja, wir haben echt viele Spieler gezogen. Und ja, Freunde, dann haben wir noch zwei Packs, die wir öffnen werden. Legen den Rest jetzt ab. Und dann hoffe ich mal, dass wir in den zwei Packs wenigstens noch einen ganz guten Spieler ziehen. Ich meine, Sakko ist ja jetzt nicht immerhin der schlechteste. Aber ist jetzt auch nicht das, was ich erwarte. In dem Pack bekommen wir Jefferson Verfahren. Von der Wertung her von 83 ist er kein schlechter. Aber der wird wahrscheinlich nicht so viel wert sein. Vielleicht 2000 Münzen oder so, wenn überhaupt. So, dann haben wir hier noch zwei Fitnesskarten. Fitnesskarten, die nehmen wir dazu, die Vertragskarte auch noch. Und dann kommen wir auch schon direkt zum letzten Pack, Freunde. Heute Abend gibt es dann noch ein Video von N.E. Wir laden hier einmal zwei Videos hoch. So, jetzt will ich aber noch eins hier mit Messi oder mit Hazard draufziehen. Komm schon, da muss jetzt was gehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Da kommt er. So, Hazard haben wir auf den Pack, Freunde. Komm schon, gib uns bitte noch einen geilen Spieler für die Weihnachtszeit. Den bekommen wir? Es ist Mario Gomez. Ach, aber dann haben wir schon, Freunde. Ja, das war es dann soweit auch schon von diesem Pack Opening. Deswegen, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr ein 1-Millionen-Coins-Pack Opening von mir sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich hätte richtig Bock drauf. Und da werden wir bestimmt auch mal ein, zwei Informs ziehen. Oder richtig geile Spieler. Ich denke mal, wenn man so viele Coins auf den Kopf haut, da muss einfach was Geiles dabei sein. Ja, und falls ihr auch noch Packs öffnen wollt, keine Münzen habt, dann schaut gerne bei uns im Sponsor in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr Münzen, PSN-Cuts, Microsoft Points und mit dem Kauf unterstützt ihr uns dann auch noch. Ja, das war es von mir. Schönen Abend noch. Ich würde mich natürlich noch über einen Daumen nach oben freuen. Wie immer, Freunde, haut rein und ciao. Wir gehen jetzt in die Stadt. Wir sehen uns einfach gleich im Auto oder in die Stadt. Peace, haut rein und ciao.